Nicht nervös werden, es sind genauso Kinder wie ihr. Ihr könnt das super gut, das kriegt ihr auch super hin. Alexander und Finn fangen wieder an. Im Mittelfeld fangen wir genauso an mit Jannik und Nies. Bleiben nochmal bei mir. Nach drei Minuten wechseln wir wieder ein. Hat ja vorhin gewirkt. Dann kam es richtig powerhaft raus. Ihr seid gut draufgegangen, habt ein super schönes Tor gemacht. Vor allem rausgespielte Tore. Im Mittelfeld Anfang, Erik, Paul und Robin Zentral. Zwei, zweieinhalb Minuten wechseln wir, so dass jeder gleich wie sich spielt. Kommt auf das Ergebnis an, wie wir dann noch wechseln müssen. Aber gebt ein ganz, ihr habt orange Trikots an, sieht aus wie ein Holländer. Okay, wir werden gleich. Komm, machen wir jetzt einen Kreis, go team. Hier in der Terminie los. Okay. Ein, zwei, drei. Gabi, Gabi, Gabi!